Dieser Mann hat furchtbare Sachen gemacht. Er packte mich bei den Schultern und dann hat das Schwein mich bestiegen. Der Night Stalker. Albtraum der Alten. Er hat herumgefummelt an mir. Ich möchte Ihnen helfen. Ja, das weiß ich zu schätzen. Ich fürchte, dass Sie es mir übel nehmen. 17 Jahre ohne einen einzigen Fingerabdruck. Er ist in meinem Haus. Können Sie die Tür abschließen, Sheila? Nein. Er ist in meinem Haus.